Kette und Stevie Ah, Minitopia, eine große Halle, eine Küche, eine Werkstatt und viel Gemüse. Minitopia ist ein großer Garten. Und was du daraus machst? Hier probieren wir aus, wie wir uns selbst versorgen können, ohne der Erde wehzutun. Also haben Kette und Stevie eine Menge Experten, Pioniere und Querdenker eingeladen. Tja. Das Minitopia lebt von euch. Also, macht mit und unterstützt uns. Das Minitopia lebt von euch. Das Minitopia lebt von euch. Das Minitopia lebt von euch. Untertitelung des ZDF, 2020